Musik Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu 1001. Ich muss jetzt wieder hier ein paar Feuerlöwenrüpel verhauen, weil ich brauche einen verzierten Stab. So, dann schauen wir mal. Ich hoffe, ich fange an, aber ich glaube nicht. Die beiden Todzauber. Ja, sage ich doch. Ach Mann, das ist echt nicht schön. Komm, ich mache das mal hier auf diese Beine. Komisch. Irgendwie ist hier mit den Pips was ganz merkwürdig bei mir. Sind das die weißen Pips, die hier so komisch, diese lilane, blaue? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich echt ärgerlich. Ah. Okay. Ja, keine Ahnung. Weil bei denen wirst du ja richtig angezeigt, bei mir nicht. Ich weiß nicht warum. So, ich hatte jetzt einen Zauberstab-Zauber genommen. Ach, komm schon. Aufladen. Ja, gestern kam keine Folge. Ich habe es leider zeitig nicht geschafft, die noch hochzuladen. Äh, zwecks Berufstätigkeit. So, jetzt ist mein Schild weg. Ja, gut. Ja, komm, die haben kaum noch Pips. Ich habe noch etwas Leben. Mache ich erstmal ein paar Elementarklingen und danach werde ich meinen Meteoriten einschlag nehmen. Denke ich. Hör auf, mir einen runterzaunen. Autsch. Verdammt. Okay. So, dann einmal los mit ihm. Vielleicht bin ich kritisch. Jawohl. Bam. Das war doch gar nicht... Was ist denn da los? Da ist gar nichts passiert groß. Ach, Gott. Na komm, versuche ich erstmal die da irgendwie wegzukriegen. Oh mein Gott. Jetzt wird es knapp mit meinem Leben. Ja, fall oben. Ach, Gott sei Dank. Sie ist umgefallen. Sie hat aufs Wort gehört. Ja, komm. Sollte ich doch hinkriegen mit meinen zwei Klingen, oder? Jawohl. Hätte ich auch ohne kritischen bekommen. Ja. Es tut mir leid, ich habe es jetzt nicht lesen können, aber ich habe den Zauberstab, äh, den Infizierten bekommen. Sonst, ähm... Sonst, ja. Sonst wäre ich nämlich jetzt in den Kampf gekommen und das wollte ich nicht. So. Okay. Und da. Dankeschön. Ich weiß nicht, ist Porten vielleicht eine gute Alternative? Ja, eine sehr gute sogar. Ähm, da muss ich hin. Das sieht aus wie der Stab, den, ähm, Siri bei sich trug. Gut Arbeit, das Miss Sissis Stab. Was? Während du am Wasserloch beschäftigt warst, habe ich mir noch einmal Miss Sissis Hütte angesehen und nach Anhaltspunkten gesucht. Und ich habe in der Tat etwas gefunden, was uns Aufschluss über den Verbleib deiner Mitschüler geben könnte. Es liegt in meiner Hütte, bring es zu mir und wir werden es gemeinsam in Younger Silberstreif zeigen. Er möchte das sicherlich selbst sehen. Okay, ist das deine Hütte? Ach, deine Hütte ist ganz warm. Hier? Nee. Moment, ich sehe jetzt irgendwie gerade nicht du. Ach so. Entschuldigt, ich muss hier rein. Oh mein Gott, gut. Ich dachte, ich kann jetzt einfach hin und durch die Tür, wisst ihr? Ich habe jetzt gerade diesen Bereich hier nicht gesehen, irgendwie. Der leuchtet zu sehr, wisst ihr? Oh mein Gott. Oh je, hier ist ja eines dieser riesigen Käfermonster. Da muss irgendwo ein Nest sein. Ja, nachdem ich die getötet habe, ne? Hier sieht es aber schön aus. Ja, na komm. So, vielleicht fange ich hier an. Hm. Alter, haben die viel Leben. Haben die viel Leben. Heiliger Shit. Ja, Haustier, vielen Dank. Du lebst noch? Meine Güte. Ja, natürlich. Natürlich. Lade dich mal auf, bevor du... Na, ist egal. Ist egal. Lieber so als andersherum. Ähm. Ja, ich hau erst mal die weg. Hilft ja alles nichts. Also nicht mit dem zuvor, glaube ich. Kritisch, kritisch. Ja, sehr gut. Oh doch, es hat funktioniert. Na, perfekto. Ah, ich glaube, der wird jetzt böse. Ah, der wird sehr böse. Okay, okay. Okay. Ähm. So, äh, ja, ich hab zwei Feen. Ich hab keine Karten, das ist mein Problem. Ja gut. Dann legen wir erst mal klein los. So, die weißen Pips, die werden jetzt normal eingezeigt. Vielleicht hat sich das Spiel jetzt wieder hingekriegt. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm. Ich mach mal den weg. Ah. Ja, komm. Nochmal so einen kleinen Zauber. Der hat ganz schön viele Pips, der Typ. Okay. Ja, komm. Dann einmal den. Ich hab leider keine Kling oder irgendwas. Aber kritisch. Na, immerhin. Na toll. Er macht's mir nach. Auch mitkriegt. Oh, ich hab kritisch geblockt. Ja, Leute. Sehr gut. Sehr nice. Zur richtigen Zeit geblockt. Jetzt hab ich drei Feen. Dann mach ich das mal so. Und ich nehm mir jetzt mal ne Fee. Besser ist. Gut. Gut. Gut, gut. So, dann mach ich mal das da. Hat der sich jetzt... Achso. Ich dachte, der machte sich jetzt ein Ab... Oh, ja. Sturm. Da ist Sturm bei. Das ist not gut. Ich muss mal gleich gucken, wie viel Prozent 50 oder so, glaube ich, ne? Oder sind das 70 sogar... Weil die Kombi der Schilder kenne ich jetzt so nicht. Ja, Gott sei Dank. Wieder kritisch geblockt. Gottes Willen. So, wartet mal. Was hat er denn da? Minus 50. Okay. Ja... Die haben wir mit seinem Kritisch. Au. Ich nehm wieder... Ich komm gar nicht dazu zu zaubern, weil ich mir schon nicht Feen nehmen muss. Okay. Hm. Was mach ich da am besten? Ich habe keine Ahnung. Ziehen. Ja, komm. Haben wir den rauf. Hm. Oder auch nicht. Perfekt. Manometer. Was? Das ist nicht wahr. Gott, so viel Leben hat der doch gar nicht mehr. Ja, komm. Äh, so viel Pips meine ich. Okay. Ich glaube, ich muss mit diesen Minus 50 leben. Ja, komm, ich probiere jetzt den. Los, Tridon. Hau rein. Und kein kritisch. Ich kriege ne Krise. Ich schlaf mich mal lieber auf, weil er hat jetzt wieder vier Pips. Ah. Okay. Da ist mein Daddy. Ich seh ihn schon. Da ist mein Daddy. Ich seh ihn schon. Ja, das wird hier, glaube ich, eine ganz knappe Geschichte. Ja, komm, ich mach nochmal eine Klinge. Ich meine, wenn er jetzt zuhaut, dann bin ich sowieso, glaube ich, jetzt weg, oder? Das war ein harter Kampf. Ja gut, aber ich stehe noch. Ich muss irgendwie versuchen, jetzt zu einem großen Zauber zu kommen. Oh nein, jetzt halt das. Das ist echt nicht gewesen. Ach, du Scheiße. Ja, auch noch mit kritisch, natürlich. Du Sack. Scheiße. Na gut. Was? Ich weiß... Ich weiß nicht, wie viel Pips ich hab, Leute. Das ist so übel. Ach komm, ich passe. Ja, Mann. Ja, Mann. Bitte. Bitte funktioniere. Oh Gott. Ich sag dazu echt nichts mehr, ey. Oh, das ist nicht wahr, ne? Oh, das ist nicht wahr, ne? Boah, ich könnte so kotzen gerade. Boah, ich könnte so kotzen gerade. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Okay. Okay, kritisch wenigstens dabei. Haustier, eine Fee wäre toll gewesen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Boah. Ten, do, tote. Er war für mich. Okay, Loșub. buraya leather, te. Oh, okay. 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 Ich weiß nicht, ob das funktioniert jetzt. Ach du Scheiße. Ich probiere es. Ich meine, was habe ich hier zu verlieren? Da hat sich jetzt wieder so ein Minus-50-Schild gemacht. Und natürlich kein Kritisch. Na gut, okay, das war es jetzt. Danke. Na gut, aber ich habe es fast geschafft. Das muss man schon lassen. Scheiße. Na gut. Hilfe, Hilfe. Okay. Jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen aufladen. Ach guck mal, hier sind die ganzen Schüler. Das ist ja mal cool. Hier versammeln die sich also dann. Ha. Sehr gut. Na gut, ich werde mal gucken, dass ich jetzt mir hier wieder ein paar Illichter sammle. Zusammen sammle. So, das ist noch etwas, was noch nicht aktiv ist. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja hier auch noch ein paar. Ne, hier sind keine mehr, ne? Keine Illichter. Doch, hier. Sehr schön. Da sind welche. Okay. Na gut, dann würde ich aber sagen, dann mache ich in der nächsten Folge auf jeden Fall weiter, weil, ähm... die Folge ohnehin schon, äh, fast vorbei ist, ähm, und dann probiere ich das ganze Ding nochmal. Aber vielleicht hole ich mir dann auch jemanden dazu. Damit wir einfach mal hier fertig wären, ne? Gut, meine Lieben. Dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Tschüss.